Im Sommer 2017 kehrte der Norweger Harvard-Norddevet aus England zurück in die Bundesliga und heuerte bei der TSG Hoffenheim an. Wirklich erfolgreich war das Engagement aber nicht. Nun bekommt der 28-Jährige mit Lucas Ribeiro noch weitere Konkurrenz. Ein Wechsel nach England zum FC Fulrum scheint die Lösung. Schon zu Gladbacher Zeiten schwärmte Harvard-Norddevet immer von der Premier League. Nachdem er in der Jugendabteilung des FC Arsenal nicht den Weg in die Profimannschaft der Gunners fand, ging er den Umweg über die Bundesliga und schaffte von dort schließlich den Sprung an Englands höchste Spielklasse. Bei West Ham wurde er aber offensichtlich nicht glücklich, weshalb er nach nur einem Jahr zurückkehrte und sich der TSG Hoffenheim anschloss. Dort absolvierte der Norweger in anderthalb Jahren 34 Pflichtspüle, die Zeit scheint im Kraichgau aber abgelaufen, denn wie der norwegische TV-Sender TV2 berichtet, soll Norddevet erneut vor einem Engagement auf der Insel und speziell in London stehen. So soll der Abstiegsbedrohte FC Fulrum aktuell Verhandlungen mit den Zinsheimern über einen Wechsel des Defensivkünstlers führen. Wirklich günstig dürfte ein Transfer für die Engländer jedoch nicht werden, denn Norddevet hat noch einen Vertrag bis 2022 im Kraichgau. Daher könnte auch eine Laie denkbar sein. Für den Norweger aber wäre es wohl der beste Fall, denn in den beiden Rückrundenpartien stand er nicht mal im Kader von TSG-Trainer Julian Nagelsmann. Ebenso denkbar ist aber auch eine Laie bis Saisonsende, denn derzeit sieht es nicht nach einem Klassenerhalt der Cottages aus. Vielleicht hat Norddevet daher auch gar keine Lust auf die zweite englische Liga. Fakt ist, dass in Hoffenheim definitiv zu viele Innenverteidiger im Kader sind. Daher ist der Wechsel von Norddevet richtig und man dürfte dem Rechtsfuß keine Steine in den Weg legen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017